so und das ist nun so ein pauli also meine damen und herren befinden uns hier auf st pauli bei nacht schon bald 21 uhr und wie ihr seht bin ich um die zeit in der trommelstraße mal wieder und gucke mir hier den ganzen mist hier an und gehe jetzt nach hause wie sie sich für einen vernünftigen menschen gehört